Jo Leute da bin ich wieder mit dem neuen Part und weiter geht's Ich hab mir nichts mehr hochgeladen wie ihr schon mitbekommen habt Weil wie gesagt wieder Stress privat und ja Aber es geht halt wieder einigermaßen Ansonsten viel Spaß Wo arbeitet ihr denn? Oh man Oh das hättest du gegeben was ich groß gesagt hab in letzter Zeit war Ball in 2 und spiel ich mit Pet ey Ich bin am Aus-Tastatur-Kummer gewöhnt ey das ist heftig Ohne Scheiße ey das ist Man verlernt sich aber dann auch irgendwie ist es grad Ungewohnt wieder mit Tastatur zu spielen Ähm Da kommt hier nicht rein Was? 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 Ich verkack ein oder was? Kiefer Oh Die Viecher sind nervig Ah das sind so für ne Brühe da rum Immer da hoch So Oh ich will da nicht rein Ich will da nicht rein das ist ja widerlich Ich hab mal die Kisten an den Was? Achso ne Schrott Nur Schrott Was? Sonst nichts? Nö Ich hab mal nicht BAM Okay gut Dann geh ich dann doch in den Matschklumpen rum rin oder doch was da ist da Was? Man Ich komm gleich doch nicht mehr hoch hier So Ach du Ähm War das ne gute Idee die Dinger aufzuschießen? Ah 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 Oh fuck Oh fuck Pfft Die Nu-Eldauer-Flatsch vor der Decke ist ja widerlich eh Ehm Das ist ja wirklich widerlich, ey So Perfekte Scheiße Oh Gott Ach du Scheiße Ach du Heilige Ach du Heilige Tür zu, Tür zu, Tür zu Oh Gott Lauf Ach du Heilige Ich will da raten raus Und es leckt wie Sau Das interessiert mich grad einen Scheiß Warum leckt das so? Ach du Ich will mich jetzt in Ruhe Ach du Körper Und jetzt Hab ich ein großes Problem Ah verdammt Ach weißt du was, alter Großer schmeckt das hier Hoffentlich stirbt er auch daran Was machst du da? Was willst du an diesem Tank da oben? Wann lässt mich mal da ran Äh, äh, oah Genau Und genauso sollte man nicht zocken Äh Ähm Oh, ja guck mal auf den Ding geflogen Ich geh da mal hoch, anscheinend ist doch um was Äh So So Warum leckt es die ganze Zeit so? Und es geht mich grad voll ab Äh, voll auf Oh 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 Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck, du eiliger Ach du, irgendwie so, glaub ich Genau, erst, schieß mal da drauf, ne Gut, dann schieß mal da drauf, ne Und so Erst, right Ja, maaaah, wie oft zu wackeln Oh, das kratzt mich aber grad an die Leckt Maaan Was ist denn? Oh, ein Moment, Leute, ich bin nicht wieder da So, wieder da, Leute Ähm, keinmal um zu leckt Ich versuch grad mein Bestes, um es irgendwie hinzukriegen, weil Es geht mir grad auch voll gerade auf den Sack Warum? Maaan Was ist denn dit? Oh, Fett sagt du jetzt bevor auf den Nerven, wie ist das eigentlich? Airstrike, Airstrike Airstrike Mit wir jetzt hier ran, oder was? Ich weiß nicht wie das Ding funktioniert Tu was, helf mir Ah Mann Mann Alter Da Da, da, Airstrike Da, genau da setzen Genau da, nein Ah Genau so, jetzt irgendwie hier drauf drücken, oder was? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Genau, nein, nicht da, Mann Da, ein Punkt, genau da, genau der Punkt, genau der Punkt, genau der Punkt, so jetzt jetzt aber hier Warum? Was ist denn das? Warum geht das nicht? Es ist, ich bin mich grad irgendwie dezent verarscht Willst du was? Es reicht mir jetzt so Schmeckt das Mann, ist echt zu schnell, Alter Wasser, 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 Wasser! Oh. Mann. Versuch uns einfach mal so einen Platz zu machen, weil wie komme ich gerade für... Situation nicht klar. Die erste... Die erste noch einen Schuss. Jetzt kriegst du von dir noch eine Ladung. Und... Spürst du überhaupt was? Irgendwie? Beziehungsweise merkst du noch was? Boah! Mistvieh. Wie sieht denn der aus? Kann man den überhaupt so besiegen? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich hätte mal nicht schlappen. Mal kurz mal, im Moment. Da bin ich wieder. Und jetzt bin ich mal schnell hier um hochklettern wieder. Und ja, ich muss mir was einfallen lassen. Da bin ich wieder, Leute. Ähm, ich find's ja sehr interessant, dass die Auflösung bei mir auf 1024 mal was anderes gestellt war, wie bei 1024 Auflösung, wo ich mir denke, äh, was? Oh, mir läuft das Spiel mit einer 1024 Auflösung. Ich bin nicht umgestellt. Aber naja, okay. Ähm, ich hoffe etwas bisschen besser, ich weiß es nicht. Ich hätte so... Nur mal da, Leute. Ja, jetzt bin ich mal mit dem Spiel abgestürzt, wo auch immer. Und ich glaube, da ist halt nicht so wie es soll. Es lag... Selbst... Ich hab mal von aufprobiert, äh, es lag selbst, wenn die Aufnahme beendet ist, also... Am MPC liest es definitiv nicht, aber keiner weiß, was da abgeht. Am MPC liest es definitiv nicht, aber keiner weiß, was da ist, 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 was da ist. Oh, was passiert, was passiert. Yes! Ich hab ihn! Das wird wieder flüssiger. Und dieser Fettsack muss ja Ressourcen fressen, ey. Was ist das? Ich hab einen Anus gefunden. Denn... Mhm. Ja, das ist lustig. Das ist nicht lustig. Stürbt noch. Ähm... So, jetzt kann ich mir jetzt mal hier rumhauen gucken. Äh, das sieht mir noch ziemlich geskript aus, ich rausschieße. Aber Sie sehen, Sie sehen, Sie nichts. Okay. Gut, dann geh ich mal hier so entlang, was wir hier so schmiss haben. Aber das verstehe ich ja nun wirklich nicht. Also... Hm. Nein. Okay, äh... Strom? Kein Strom. Gut. Was... Was kann ich denn machen? Hier unten war ich schon gewesen. Sind das für Ventile? Ich gucke mich gar nicht so richtig umgucken, als der Fettsack da rumgebütet ist. Ähm... 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 Autsch! Kaktussi! Black Meters ein Talkomplex. Ja, schön für Black Meters als Notale, aber... Schmiss, trinkst nicht verboten, genau. Ich schwimme erstmal in so einer Schmied-Klorake. Warte mal. Vielleicht kann ich das mal in Vorteil nutzen. Ähm... Das ist hier und... Da ist das Auto. Vielleicht kann ich das Treppen wegspringen. Und... Feier? Nein. Wenn das nicht klappt, versuche ich mal die Antenne. Oh, jetzt? Yes! Ich wusste es! Die Fässer stand nicht ohne Grund da. Ja, doch, war ein guter Anhaltspunkt. Gefällt mir. Äh, wie geh ich runter? Ach, da runter. Ich glaube, ich muss diesen fetten Schock erstmal nur gespeichern hier. Ich weiß nicht, dass ich das Freude über diesen Fettsack nochmal bekämpfen muss. Darauf habe ich jetzt nämlich gerade auch kein Bock mehr auf diesem Monsterdex. Also, man steht im Lektritspiel ohne Ende. Ja, okay, man darf nicht vergessen, dass das ein taubiger Entwickler gewesen ist. Und das ist eine hohe Qualität und... Ach, egal. Ich will das mal Ende. Oh. Jetzt? Oh, muss ich das erst richtig aufmachen, ne? Dann mache ich das richtig auf. So. Ah. Interessant. Na, fehlt noch das Datenbildschirm. Sehr verwunderlich. So, wie er da, Leute? Ähm. Okay. Wow. Was ist das? Wow. Alter. Was? Ja, ne. Ist klar. Könnte ich auch riechen, dass ich von so was erschlagen werde, ne? Hätte ich ja auch voll wissen können. Ah, lass mich da durch. Ich will nicht begraben werden. Nein. Nein. Ach du heiliger. Nein, das habe ich nicht. Okay, ich muss bitte. Ich bin sehr zack von dir. Mann, das ist ein komplett ver... Schuldigung, Alter. Was, hier mit fehlenden Beinen? Einbeiniges Viech? Wow, wir sind, glaube ich, weiter. Ich glaube, es wird hier bald alles. Oh, das hier? Ne, das hier! Pass auf! Nein, Johnny! Oh, Headshot. Kommt daher! Ist das alles, was ihr habt? Ich mache euch alle platt. Oh Gott, der arme Johnny. Ja, Leute, ich habe einfach mal Johnny getauft. CPU! Stirb! 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 Nein, Leute, ich habe nicht gegen AMD. Das geht von AMD gar nicht so übel. Ist halt günstiger als Intel. Was ist das? Das sieht... Ist halt ein Sack! Und auf meine Passung zu fressen, hier, Mistkröten! Was ist das jetzt? aus CD Kraft früher zu sie wie die Beispiele ja ich bin Brüder Kürger Feierabend um man sieht sich bis zum nächsten Part Toto